Guten Tag, liebe Besucherinnen unserer Internetseite, liebe Freunde des Startschauspiels Dresden, liebe interessierte Leute, mein Name ist Peter Kölner, ich bin der technische Direktor des Startschauspiels Dresden und vor der aktuellen Situation, wo Sie ja unser Haus nicht direkt besuchen können, haben wir uns natürlich ausgedacht, dass wir etwas präsenter auf unserem Internet sind. Wir haben Schauspieler, die Lesungen veranstalten, die was für sie vorbereiten, wir werden einige unserer Vorstellung streamen, aber auch wir von der Technik haben uns gedacht, dass wenn sie uns hier schon nicht besuchen können in Führungen, die wir ja auch hier veranstalten oder im Rahmen des Theaterfestes oder auch auf Nachfrage, dass wir Ihnen eine virtuelle Führung mal zusammenstellen. Das wird so in einigen Kapiteln sein und dieses spezielle Format hat ja den Vorteil, dass man anders als in wirklichen physischen Führungen mit großen Gruppen an Orte gelangt, die man so nicht besuchen kann aus Sicherheitsgründen und aus Grund der Menge der Personen, aber auch, dass wir Ihnen hier etwas mehr Informationsdetails geben, die in der großen Masse vielleicht nicht auf so ein breites Interesse stoßen. Deshalb mehrere Kapitel. Ich werde Ihnen heute einige Grundbegriffe des Theaters nennen, etwa unser Haus vorstellen, Grundriss, Schnitt und so weiter, um dann in weiteren Kapiteln dann die einzelnen Bereiche wie Obermaschinerie, Untermaschinerie, vielleicht noch Beleuchtung und so weiter vorzustellen. Ich stehe hier schon vor unserem Schauspielhaus. Das ist die Ansicht, wie es 1913 eröffnet wurde und ganz ähnlich sieht es heute auch noch aus. Es wurde ja in den 90er und 2000er umfassend saniert, restauriert, heute im weißen Antlitz. Hier habe ich mal eine 3D-Darstellung des historischen Hauses, in dem man eine aufgeschnittene Darstellung, in dem man sehr gut die verschiedenen Elemente auf der Bühne sieht und die Zuordnung zueinander. Hier im vorderen Teil ist wieder das Zuschauerhaus, das Vorderhaus mit den Arkadengängen an der Ostra-Allee und den Zugängen ins Vestibül. Dann hier den Zuschauerraum, hier noch mit den drei Rängen, hier mit dem dritten Rang noch, den es heute so nicht mehr gibt. Und dann ab dieser Ebene hier die Trennung ins Bühnenhaus mit dem markanten, sehr hohen Bühnenturm, den Arbeitsgalerie und der Bühne. Hier sieht man auch sehr schön unsere drei großen Bühnenpodien. Das Podium 1 ist etwas abgefahren und in der linken, unteren Seitenbühne werden diese Wagen geparkt und man kann mit denen auf die Podien fahren und so Dekorationen reinbringen. Dazu kommen wir aber noch speziell im Kapitel Untermaschinerbie. Ja, hier habe ich mal zwei Grundrisse für Sie. Das sind moderne Kettpläne, mit denen wir auch unsere Konstruktionen machen für die Bühnendekoration. Hieran lässt sich besser nochmal darstellen, wie die Szenen und die Bühnenflächen verteilt sind. Wir haben hier den Grundriss der Ebene auf der Bühne hier dargestellt, im Seitenriss. Da kann man wieder ganz deutlich sehen, hier der Zuschauerraum, das Parkett und hier die Bühne, die Szenenfläche mit den drei großen Podien und kleineren Seitenbühneflächen. Dresden hat keine wirkliche Kreuzbühne mit ausgeprägten Hinterbühnen- und Seitenbühnenflächen. Hinterbühne gibt es gar nichts. Stattdessen haben wir einen festgemauerten Horizont. Ist auch sehr markant, kann man von einer Theaterstraße aus schon draußen am Gebäude erkennen, diese Rundung. Und wir haben nur ganz marginale Seitenbühnen. Hier ist noch zu sehen eine Logistikfläche, die Verfahrfläche, die dann hier in dem Aufzug mündet, weil die Bühne ist fünf Meter über dem Geländenniveau und die Dekoration muss von hier antransportiert werden. Hier auch nochmal dasselbe in der Unterbühne. Wir sind hier jetzt auf diesem Niveau, circa fünf Meter unter der Bühne, ein Grundriss. Man sieht diese selbe Szenenfläche, die sich unten abbildet, weil die Podien ja auf diese Ebene auch runterfahren können. Aber im unteren Bereich dann gibt es echte Seitenbühnenflächen, die eben heute als Lagerflächen dienen oder auch für szenische Verwandlungen der Dekoration. Hier habe ich einen aktuellen Seitenriss vom Gebäude. Erkennen wir auch immer daran, also erstmal ist das Layout auch unterschiedlich, aber dass hier der dritte Rang fehlt. Es gibt ja heute nur noch zwei Ränge, ein Parkett und zwei Ränge. Der dritte Rang ist eine Beleuchtungsposition. Das ist unsere Beleuchtergalerie. Wir haben jetzt nur noch 786 Plätze, nicht mehr wie ursprünglich zur Bauzeit 1.300 und später dann in dem DDR-Gebäude 1.200. Hieran möchte ich Ihnen noch ein paar andere Grundbegriffe der Bühnentechnik erklären. Hier haben wir wieder diese Trennung zwischen dem Zuschauerhaus und dem Bühnenhaus. Wie gesagt, hier der Zuschauerraum, hier oben ist der Kronboden, hier hängt der Kronleuchter. Dieses Fachwerk ist statisch notwendig und hier im rechten Bereich haben wir dann den technischen Bereich. Und da ist dieser Bereich, die Obermaschinerie, gehört zur Obermaschinerie, wie der Name schon sagt, ist oben und dieser gehört zur Untermaschinerie. Wenn man ganz genau nimmt, gehört dieser Bereich auch noch zur Obermaschinerie dazu. Hier haben wir nämlich das Portal und den eiserne Vorhang. Der eiserne Vorhang, ganz wichtig, trennt ja die beiden Brandabschnitte, die Bühnenöffnung im entsprechenden Notfall. Zur Obermaschinerie gehören die Beleuchtergestelle, die man hier sehr präsent sieht. Hier in blau, wir haben vier Beleuchtergestelle. Das sind feste Lichtpositionen im Rollenboden oben drin und hier einzeln diese Prospektzüge. Daneben gibt es noch Punktzüge, Panoramen, da kommen wir zur Obermaschinerie. Hier unsere Untermaschinerie besteht im Wesentlichen aus diesen schon vorhin genannten drei Podien, die bis 8 Meter tief fahren können. Ab 50 ungefähr ist unsere Ladeebene. Sie können bis 10,90 Meter tief fahren in den sogenannten Grund. Wir haben hier eine Schiebeposition, die auch dazu gehört, Seitenbühnen-Ebenen, aber das eben später. Ja, liebe Theatertechnik- Interessierte, das war die erste Folge mit ein paar Theatergrundbegriffen. Sie haben jetzt schon was vom Bühnenhaus gehört, vom Zuschauerhaus, von Podien, von Seitenbühnen, von Prospektzügen, von Untermaschinerie. Näheres dazu gibt es in den nächsten Folgen und wir freuen uns, Sie da begrüßen zu können. Wir freuen uns, Sie da begrüßen. Wir freuen uns, Sie da begrüßen. Wir freuen uns, Sie haben zu sehen. Wir freuen uns, Sie haben viele Begrüßen auf Deutschland,